Die immerwährende Gottesliebe der Gopis Stai-Bav Der ewig vorhandene Stai-Bav der Gottgeweihten, die dienend an der Lila teilhaben, entfaltet sich in der Dramatik des ewigen Spiels in vielfacher Weise und zu verschiedenen Höhenlagen, je nach dem Gottesreiche, dem die Baktas zugehören und je nach ihrem Stai-Bav. Je nach der Art ihres Dienens und ihrer vertraulichen Nähe zu Bhagavan, dem einzigen Helden des Spiels. Da die Liebe Rathas zu Krishna, in dem Lebenswandel Krishna Chaitanyas, eine zentrale Rolle spielt, soll in den folgenden Abschnitten die Entfaltung des Stai-Bav, Rathas und jener Gopis, die ihre liebsten Freundinnen sind, wenigstens skizzenhaft behandelt werden. 1. Lautester Prema Wenn der Prema ganz ungetrübt, d.h. frei vom leisesten Hauch des Begehrens nach Eigengenuss ist, wird er Sam-Arter genannt. Das bedeutet, der voll und ganz dazu fähige Prema. Diese Form des Prema hat das Vermögen, sogar das Verlangen nach dem Zusammensein mit dem Geliebten völlig umzuwandeln, sodass nur noch Verlangen nach seinem Glück bleibt. 2. Sneha Wenn dieser Prema sich völlig entfaltet hat und das Licht der Chitschakti ganz hell leuchtet und ganz weich und beweglich geworden ist und blitzschnell auf alle Wechselfälle des Spiels einzugehen vermag, wird es Sneha genannt. Fußnote 280 Auch in der lila Narainas und Lakshmis und ihre Gefährten in Vaikuntha und in der lila Ramas und Sitas, in dem ewigen reiche Ayodhya und auf Erden, in der lila Krishnas und der Seinen, in dem ewigen reiche Dvaraka und der Dvaraka-Lila auf Erden, entfaltet sich der Steibath zu Sneha und anderen Intensitätsgraden des Prema. 3. Mana Mana, der gekränkte Stolz um des Glücks des Geliebten Willen, kann aus Sneha entstehen oder aber Sneha kann sich zur Prema-Form des Pranaya entfalten, der später behandelt werden wird und aus diesem Pranaya kann dann Mana entstehen. Wenn der Sneha eine besondere Vorzüglichkeit erlangt hat und den Helden und der Heldin eine ganz neue Lieblichkeit, Maduria, erleben lässt und der Sneha das Gegenteil von Geradheit annimmt, das heißt, die Außenschicht und die Innenschicht dieser Form von Prema ganz verschiedener Natur sind, dann nennt man diesen Sneha Mana. Ein Beispiel für Mana. Radha zu Krishna. Der Staub, den deine Kühe aufgewirbelt haben, verursacht, dass ich weinen muss. Krishna kommt und sagt, Ich werde dir den Staub aus den Augen herausblasen. Krishna will anfangen, es zu tun. Radha, was soll denn jetzt der Wind aus deinem Mund? Und sie zieht die Brauen zusammen. Sie sagt so unter Verbergung ihres wirklichen Gefühls, Abahita, denn die Tränen stammen aus dem Aufweilen von Sneha. Diese Art von Unaufrichtigkeit ist äußerlich sichtbar. Man spricht deshalb von einer nach außen sichtbaren Unaufrichtigkeit, wörtlich, Krummheit, Bahi, Kautilia. Der Mana, der aus dem Griha Sneha, Chandravelis, entstanden ist, zeigt nach außen die Zeichen der Aufrichtigkeit, die ganz andere innere Haltung ist schwer erkennbar. Fußnote 281 In den Textabschnitten des Sri Chaitanya Charit Amrita, die vom Wagenfest in Puri handeln, wird der Mana, der Gopis, aus dem Lande der göttlichen Lieblichkeit und der Mana Lakshmis, aus dem Reiche der Gottesmajestät, einander gegenübergestellt. Ein Beispiel für den Griha Mana Chandravelis Krishna spricht zu Vrinda, der Behüterin des Vrindawalds, in Bezug auf Chandravelis benehmen. Aus meinem Mund kamen plötzlich die Worte, Oh, Radha! Sobald sie mir entfahren waren, hatte sie starke Qual im Herzen, aber um meine Unruhe zu beschwichtigen. Vielleicht aber auch, weil sie meinte, dass Krishna, während er mit mir spielt, an Radha denkt, das ist ja kaum möglich. Verbarg sie ihr Erstaunen und das Lächeln auf ihrem Gesicht, verstärkte sich, ihre Worte wurden noch zarter und lieblicher. Subala, Ujvala und andere waren ganz erstaunt. Pranaya Wenn der Mana die Form von ganz tiefer Vertraulichkeit annimmt, dann heißt er Pranaya. Beispiele für Radhas Pranaya Radha legte ihr nach rechts gedrehtes und geneigtes Kinn auf die Schulter Krishnas, ihre Augen braun zusammenziehend und ihn krumm ansehend, während ihre Herrchen sich sträubten, wischte sie mit Krishnas goldenem Gewand, das heller leuchtet als ihre eigene Gestalt, die aneinander Tränen ihres eigenen Gesichtes ab. Fußnote 282 Satvika Bhav Romandja Haare sträuben Lalita sagt zu Radha Als du beide Arme um Krishnas Hals geschlungen hattest und seinen Kopf etwas auf die Seite zogst und ihm ein Geheimnis ins Ohr rauntest, was war das, sag es mir. Auch dort, wo Krishna allein mit Radha aus dem Raserkreis fortgegangen war und sie ihm voll stolz über ihr unerhörtes Glück den unfassbaren Anteil an seiner Gnade sagt, O Krishna, ich vermag nicht mehr zu laufen. Trag mich hin, wohin du willst. Bhagavatam 10.30.38 Trag mich hin, wohin du willst, ist nicht die leiseste Spur von Respekt. Wenn selbst außerordentliches Leid aufgrund von ganz vorzüglichem Pranaya im Herzen Chitta als Glück empfunden wird, dann nennt man diesen Pranaya Raga. Dieser Raga ist doppelter Art, je nachdem, ob er sich aus Krita-Sneha oder Madhu-Sneha entfaltet hat. Beispiele für den Raga Radhas Lalita sagt, während sie ihre geliebte Freundin Radha von Weitem beobachtet. Radha zittert nicht. Sie ist voller Freude, als ob ihre Lotushüße auf einem Bett aus vielen zarten Lotushblättern stünden. Während sie am unteren Hang des Berges steht, der voller harter, scharfer Steine ist, die brennend heiß sind vom Brande der Sonne im heißesten Monat des Sommers und voller Sträucher mit harten Dornen. So schaut sie nach Krishna aus, dem Sohne Nandas. Anuraga Anuraga ist jener Entfaltung, die der Raga in seiner höchsten Form dann annimmt, wenn der seit Ewigkeit wohl erkannte, geliebte Krishna nun so erlebt wird, als ob er noch niemals vorher gesehen worden wäre und man vorher noch nie von ihm gehört hätte. Die Liebende erfährt im Anuraga eine Macht der Liebe emporquellen, die ihr selbst etwas unfassbar Neues ist. Durch die Gewalt des Anuraga gelangen die Liebende und der Geliebte wechselseitig in völlige Abhängigkeit voneinander. Ujwala, Nilamani, Seite 457 Für jenen, der Anuraga hat, ist es nicht so. Ich kenne ihn schon lange, aber heute ist mir, als ob ich ihn zum ersten Male sehe. Sondern Ich habe ihn wirklich noch nie gesehen. Ich habe ihn wirklich noch nie gesehen. Es ist der Staibav des Prema Bhakta, der Krishna völlig neu und wie zum ersten Male sieht. Symptome des Anuraga 1. Im Dasjaras, Sakjaras, Vatsaljaras herrscht geradlinige Aufrichtigkeit der Liebe. Da gibt es kein Verbergen eines Gefühls. Avahita Beim Schringarasa dagegen bricht die Liebe der Liebenden erst bei der Prema Form Anuraga rücksichtslos durch alles Verbergenwollen eines Gefühls, durch Scham, Stolz und so weiter hindurch. Und deshalb bringt er mit solcher Macht den Geliebten unter seine Gewalt. 2. Starkes Begehren nach dem Geborenwerden unter leblosen Dingen, die Krishna ganz nahe sind. Zum Beispiel, als die Flöte Krishnas entsteht. 3. Beim Anuraga versenken sich die beiden Einanderliebenden so stark in die wundersamen Eigenschaften des Anderen, dass dieser Andere selbst vermisst wird. Das ist eine der vier Formen der Trennung im Spiel der Liebe beim Schringarasa. Die anderen drei Formen der Trennung sind Purvaraga, das heißt Raga vor dem ersten Zusammentreffen, in der diesmaligen Lila auf Erden. Dann beim Mana, wenn der Geliebte in gekränktem Stolz weggeschickt wird und Bravasa, wenn der Geliebte in einem fernen Lande weilt. 4. Auch in der Trennung leuchtet durch die Macht des Anuraga der ferne Geliebte vor den Augen auf. Eine klar erkennbare Begegnung erfolgt. Das ist die Vispurti beim Anuraga. Im Gegensatz zu der Spurti, einem Aufleuchten im Allgemeinen, die sie schon in früheren Formen des Staibath findet. Es handelt sich dabei nicht um eine Halluzination oder Vision. Mahabhav Mahabhav ist die allerhöchste Woge, zu welcher der Staibhav beim Schringarasa aufsteigen kann. Dieser Mahabhav kann beim Zusammensein und beim Getrenntsein von Radha und Krishna auftreten. Im Bhagavatam 10.47.59 preist Udhava, als er von Vraj Abschied nimmt, den Rudha Mahabhav der Gopis. Als Kennzeichen des Rudhabhav werden genannt. Alle acht Sadvigabhavs leuchten gleichzeitig hell entflammt und lassen sich auch bei größter Anstrengung nicht verbergen. Einen Augenblick lang Krishna nicht sehend, zum Beispiel beim Zwinkern der Augenlider, kann nicht ertragen werden. Die Herzen aller derer, die diesen Rudhabhav wahrnehmen, werden in Verwirrung gesetzt. Die Dauer einer Weltentwicklung, 4320 Millionen Jahre, scheint bloß ein Augenblick zu sein. Obwohl Krishna sehr glücklich ist, sind die Gopis voll Qual. Er könne leiden. Vollkommenes Vergessen der Welt und des eigenen Ichs und dessen, was einem gehört, obwohl die Tätigkeit der Sinne nicht im Moha aussetzt und das Gemüt nicht uns steht, umherirrt. Ein Augenblick gleicht der Dauer einer Weltentwicklung. Der Rudhabhav ist so stark, dass sie den Krishna des ewigen Reiches Goloka zwingt, sich zu offenbaren und die Gopis ihm dienen zu dürfen und mit ihm spielen, obwohl er in der Lila auf Erden sehr ferne weilt. Noch viel stärker ist der Adi Rudha Mahabhav, der ausschließlich Radha und Krishna vorbehalten ist. Seine Kennzeichen sind, wenn Radha und Krishna beisammen sind. Die acht Sattvigabhavs, der Heldin Radha und des Helden Krishna, leuchten noch heller als im Rudha Bhav. Alle für den Rudhabhav genannten Merkmale treten noch stärker auf. Außerdem verursacht der Adi Rudha Mahabhav Radhas die Erregung ihrer Widersacherinnen in der Lila und die Erregung Krishnas. Wenn Radha und Krishna getrennt sind, zeigen sich beim Adi Rudha Mahabhav nebst dem überhellen Leuchten aller Sattvigabhavs, Krishna erstarrt und fällt in Unmacht, auch wenn er in der Lila im fernen Land eben von einer der Heldinnen des Spiels, zum Beispiel Rukmini, umarmt wird. Auch wenn es unerträgliches Leid mit sich bringt, ist Radha bereit, es auf sich zu nehmen, wenn es Krishnas Glück bedeutet. Die Botschaft, die Radha durch Udhava an Krishna bestellen ließ, Seite 151, gibt ein Beispiel dafür. Die Erregung des ganzen Universums wird verursacht, wenn Radha im Feuer der Trennung brennt, die Menschen weinen, die Gottesreiche von Vaikuntha und die Zwischenwelten zittern. Die Bewohner der Unterwelt sind aufgeregt, Die Devas der Himmelswelten geraten in Schweiß. Den Mitspielern Narainas rintern die Tränen herab. Ujwala Nilamani, Seite 480 Beispiel Radha spricht zu ihrer schwesterlichen Freundin Vishaka. Ich weiß nicht, wie mein Herz das lodernde Waldbrandfeuer ertragen soll, wenn ich es nur darin behalten könnte, denn schon ein wenig Rauch aus meinem Herzen aufsteigend würde das Universum einäschern. Ujwala Nilamani, Seite 482 Auch die Vögel und Tiere weinen. Radha ist zu sterben bereit, wenn nur die fünf Elemente ihres Leibs, Erde, Wasser, Licht, Wind, Raum, nach ihrem Tode Krishna dienen dürfen. Beispiel Radha betet zum Weltenbildner Brahma. Mag mein Leib sich in die fünf Elemente auflösen und sie dort hingehen, wo sie hingehören. Doch mit gesenktem Haupt bitte ich den Ordner der Welt, ihm zu Füßen fallend, um ein einziges Geschenk. Mag das Wasser hingehen in den Teich, in dem Krishna spielt, das Licht in seinen Spiegel, der Raum in den Raum seines Hauses, die Erde zu dem Land, über das er schreitet, und der Wind in den Wind seines Palmblatt-Fächers. Ujwala Nilamani, Seite 483 Eine noch stärkere Form dieses Adi-Rudha-Mahabhav ist der göttliche Wahnsinn, Divya-Unmada, der seiner Dauer und Intensität nach noch weit über den Präma-Wahnsinn der anderen Gopis hinausgeht, als Krishna im Verlauf des Raserspiels in Vraj plötzlich verschwunden war und sie ihn in der Nacht überall suchten. Als dann auch Radha, die Krishna eben unsägliches Glück geschenkt hatte, sich ebenfalls allein fand, war sie die Einzige, die in diesen göttlichen Wahnsinn geriet. Da in der irdischen Sprache Worte fehlen, um die Vorgänge zu schildern, die sich in Bhaktas aufgrund ihrer Präma-Bhakti abspielen, bleibt nichts anderes übrig, als mit Analogien aus der Erfahrungswelt der Menschen zu beschreiben. Als etwas, das so aussieht wie Wahnsinn, ohne es zu sein. Unmada Vat Der Unmada des Chit-Reichs ist nicht ein Produkt der Maha Maya, sondern der durch Chit und Ananda geformten Samvit und Ladini-Shakti in einer besonders hohen Konzentration. Präma ist immer von Ewigkeit zu Ewigkeit eine dienende, erkennende Liebe, die sich ohne je erschöpft zu werden, zur Freude des Geliebten verbrauchen und vergeuden will. In einem besonderen Höhepunkt des Präma wird von der Chit-Shakti ein Zustand hervorgebracht, der vom menschlichen Standpunkt wie Wahnsinn aussieht und doch ein Gipfel der Gotteserkenntnis ist. Wahnsinn in der Welt ist im Sinne des Schastras zumeist ein Ergebnis in diesem oder früheren Leben durch Trinken, Verbrechen und so weiter bewirkt. Wahnsinn in der Lila ist die Folge einer höchsten Intensivierung des Dienenwollens in Bremer, wenn Liebende und Geliebte getrennt sind. Hier ein Höhepunkt des Unwissens, dort ein Höhepunkt besonderer Erkenntnis in der Form vollkommenen Nicht-Erkennens und ganz unkontrollierter Worte und Taten. Hier eine Erkrankung des Gehirns von bedauernswerten Kreaturen, dort beschränkt auf einige wenige ewig beigesellte Gottes und in ganzer Fülle und Konzentration einzig auf Krishna und Radha beschränkt. Udhava berichtet Krishna, deren Matura weilt über den Zustand Radhas. Bald ist sie wie eine Liebende, die vom Stelldichein geht und das Blumenbett in der Laube für dich schmückt. Bald ist sie wie eine, die im wilden Weh, dass du ihr untreu warst, fast zerbricht. Sie droht Vollzorn der schwarzen Wolke, die sie an dich gemahnt. Bald eilt sie wieder sehnsüchtig zur vermeintlichen Zusammenkunft mit dir und irrt im dunklen Hain umher. Ujwala Nilamani, Seite 484. Das berühmte Beispiel für den göttlichen Wahnsinn Radhas ist die sogenannte Pramara-Gita aus dem Bhagavatam 10.47.12 Wo Radha im Beisein Udhavas eine männliche Biene für einen Boten Krishnas oder für Krishnas selbst hält und in wortspielartigen, kunstvollen Andeutungen die Bavs sich im schrillen Wechsel überschlagen von heftigem Schmien Krishnas zu seinen Preisen vom Zürnen zu tiefster Demut. Fußnote 283. Ein wenig davon wurde im Kapitel Radha in Trennung von Krishna Seite 150 wiedergegeben. Siehe auch Textteil Chaitanya im göttlichen Wahnsinn, Seite 499. Ohne dieses blitzschnell sich wandeln der Vavs, zum Beispiel im göttlichen Wahnsinn im Bewusstsein zu haben, kann man weder das Verhalten Radhas anlässlich der Botschaft Udhavas noch den Zustand Krishna Chaitanyas in den geheimnisvollen letzten 14 Jahren seiner Lila in Puri auch nur im mindesten ahnend begreifen. Eine noch tiefere Form des Adi-Rudha-Mahabhav von Radha stellt der Madhana Adi-Rudha-Mahabhav dar. Er offenbart sich, wenn Radha von Krishna nicht getrennt, sondern mit ihm zusammen ist. In Ujjvala-Nilamani sagt Rupa, nachdem er mehrere Beispiele für diese Entfaltung Prima-Bhakti gegeben hat. Die Art und Weise dieses Madhana ist genauso wenig erfassbar wie das Wesen von Krishna selbst, welcher der liebes Gott des ewigen Seins Madhana ist. Adi-Rudha-Mahabhav